Herzlich Willkommen Daniele. Ich möchte zunächst starten mit einer menschelnden sehr persönlichen Frage. Wie ist das gefühlsauf und ab? Nehmen wir mal so ein Beispiel wie meine frühere Wahlkreisstadt Hannover. Wenn man erst kämpfen muss, überhaupt den Mietvertrag aufrecht erhalten zu bekommen, zugelassen zu sein in einer Stadthalle, dann die Menschen dort sieht und dann den Auftritt selber erlebt und wissen dann die Gefühle danach. Dieter, vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Das ist ein sehr intensives Gefühl, weil die Leute sehr dankbar sind, die kommen. Zuvor wissen die ja dann auch nicht, wird das noch abgesagt, weil Druck gemacht wird in den Medien. Die haben schon Tickets gekauft. Ich selber weiß manchmal auch nicht, können wir den Anlass überhaupt durchführen. Und jetzt in Hannover, da kamen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2800 Menschen. Also der Raum war ausverkauft. Draußen stand Polizei. Es gab auch eine Gegendemonstration. Die Leute haben aber mit sehr viel Interesse zugehört. Und so ist es eigentlich insgesamt. Es ist wirklich ein intensives, ein schönes Erlebnis. Aber es ist schon vor dem Anlass, gibt es so ein bisschen dieses Zittern, dass man sich fragt, wird alles klappen. Fühlst du dich so ein bisschen mit Aukla? Ja, ich fühle mich einfach wie ein Friedenskämpfer. Ich sage, wir sollten keine Panzer in die Ukraine liefern. Die Deutschen sollten keine Panzer in die Ukraine liefern. Man sollte nicht noch mal Krieg führen mit Russland. Das hat man im Zweiten Weltkrieg gemacht. Und indem man ukrainische Soldaten in Deutschland trainiert und indem man deutsche Waffen an die Ukraine liefert, ist man eindeutig Kriegspartei. Aus meiner Sicht. Ich weiß, es gibt andere Meinungen. Das ist meine Analyse. Und da fühle ich mich wie ein Friedenskämpfer, der sagt, Achtung, Achtung, nicht wieder ein Flächenbrand in Europa. Das will ich einfach gar nicht. Ich will auch nicht, dass die Schweiz die Neutralität aufgibt. Hat die Schweizer Regierung trotzdem getan und die deutsche Regierung hat trotzdem die Panzer geliefert. Das heißt, als Historiker bin ich natürlich Kommentator. Ich kann es nicht wirklich verhindern, was die Regierungen tun, ob ich nehme mir die Freiheit heraus, die Regierung zu kritisieren. Als ich noch im Bundestag war, hat meine frühere Kollegin Nastic eine Anfrage an den wissenschaftlichen Dienst gestellt, dass mit dem Ergebnis jedes Land, das Soldaten ausbildet, an dann zu liefernden Waffen eigentlich kompatent, also kriegsbeteiligter ist. Von daher glaube ich, dass deine Einschätzung sogar vom wissenschaftlichen Dienst bestätigt wird, dass Deutschland faktisch mit im Krieg ist. Ich hoffe, dass die Russen das nicht so sehen. Ja, ich habe diese Analyse gelesen vom wissenschaftlichen Dienst. Und es heißt wirklich, also wenn man Waffen liefert, ist jetzt diese Analyse, dann ist man noch nicht Kriegspartei. Aber wenn man Soldaten, ukrainische Soldaten in Bayern am Grafenwörth zum Beispiel ausbildet, dann verlässt man den sicheren Boden der nicht kriegsführenden Partei. Ich glaube, so war die Formulierung. Müsste ich nochmal nachlesen. Aber für mich ist es klar, dass eigentlich Deutschland jetzt im Krieg ist mit Russland. Ich hoffe, dass... Ich denke, Russland sieht das auch so, aber dass Russland eben keine NATO-Staaten bombardiert, weil Russland ja keine Eskalation will im Sinne, dass alle 31 NATO-Staaten dann direkt Soldaten in die Ukraine schicken. Das wäre ein Alptime. Das kann wirklich auch nicht im Interesse der Russen sein. Dein letztes Werk, über 100.000 haben es gekauft. Ich hoffe, mehr haben es gelesen. Er heißt Imperium, da ist es, Imperium USA, skrupellose Weltmacht. Ist nicht jede Weltmacht, ist nicht eigentlich jede Macht skrupellos. Was unterscheidet die USA in dem Grad der Skrupellosigkeit von anderen? Also die europäischen Kolonialisten sind in Afrika und in Südamerika auch sehr skrupellos aufgetreten. Also die Spanier waren ja mal eine Weltmacht, heute sind sie es nicht mehr. Die Portugiesen waren mal eine Weltmacht, sie sind es heute nicht mehr. Die Holländer waren im Sklavenhandel sehr intensiv involviert. Sie hatten Indonesien, waren ja vielleicht doch auch eine Weltmacht. Auch die Briten waren auf jeden Fall eine Weltmacht, hatten Indien als Kolonie, hatten viele Länder in Afrika als Kolonie. Und die Franzosen hatten Indochine, hatten dann in Vietnam gekämpft. Das waren alles skrupellose Mächte, die eigentlich dann vor Ort die Leute getötet und gefoltert haben. Und die USA sind einfach jetzt das aktuelle Imperium. Und das versuche ich in diesem Buch zu erklären. Ich sage, die USA haben das grösste Militärbudget, 880 Milliarden Dollar pro Jahr. Das sind also mehr als zwei Milliarden Dollar pro Tag. Und das ist natürlich eine andere Dimension, als man früher hatte. Die USA haben elf Flugzeugträger. Flugzeugträger gab es früher gar nicht. Sie haben natürlich in ganz vielen Ländern Militärstützpunkte. Sie haben natürlich in Deutschland Rammstein, ein sehr grosser Militärstützpunkt. Sie haben aber auch auf Kuba, Guantanamo, sie haben in Italien Militärstützpunkte. Sie haben Militärstützpunkte in Afghanistan, in Japan, in Südkorea. Und umgekehrt haben ja die Südkoreaner keine Militärstützpunkte in den USA. Oder die Deutschen haben keine Militärstützpunkte in den USA. Oder Kuba hat keine Militärstützpunkte in den USA. Und das definiert eigentlich ein Imperium. Und ich bin eigentlich im Buch die Zahlen durchgegangen. Und die USA sind einfach das Land, das am meisten Länder bombardiert hat von 1945 bis 2023. Das bedeutet aber trotzdem, dass die russische Invasion illegal ist in die Ukraine vom 24. Februar 2022. Aber ich sage immer, zuvor 2014 haben die USA in der Ukraine die Regierung gestürzt. Das war eben wieder ein ganz fatales Ereignis sozusagen, wie der Putsch gegen Allende, 73 in Chile. Oder der Sturz von Mossadegh im Iran 1953. Oder Shuhato, Shukano. Ja, genau. Indonesien, sehr wichtiger Punkt, 60er Jahre. Wird oft vergessen, habe ich auch im Buch der Putsch in Indonesien, wo die blockfreien Staaten eigentlich unter drückt wurden, sich zu entwickeln. Und ich glaube, diesmal dieser Putsch in der Ukraine war einer zu viel. Das führt jetzt wirklich in eine Konfrontation zwischen den NATO-Staaten auf der einen Seite, das sind etwa eine Milliarde Menschen, grob gesagt, und den BRICS-Staaten auf der anderen Seite, das sind etwa drei Milliarden Menschen. Und da sollte die NATO nicht einfach denken, dass man auf jeden Fall stärker und überlegen ist. Sondern die NATO-Staaten sollten selber einsehen, dass unser größtes Interesse eigentlich ist, hier wieder Frieden zu finden, auch in der Ukraine. Ich weiß, dass du dich auch dafür für den Frieden engagierst. Und ja, da hoffe ich, dass die Leute sich einfach zusammenschließen, die sagen, wir können hier nicht einfach durch Waffenlieferungen sozusagen Frieden erzielen. Das geht nicht. Du hast vorhin gesagt, dass die Russen keinen NATO-Staat bombardieren werden. Das war so eine halbe Feststellung, eine halbe Hoffnung. Es sind ja wohl in Rumänien und anderswo in osteuropäischen Staaten NATO-Soldaten, auch US-Soldaten stationiert. Und gleichzeitig wird mit Uran angereicherter Munition auf Menschen in der Ukraine und der Ostukraine geschossen von Seiten des ukrainischen Regimes. Also da ist eine gewisse Eskalation vorgesehen, die möglicherweise uns alle in einen Weltkrieg, möglicherweise mit taktischen Atomwaffen hineinziehen könnte. Ist das jetzt Panikmacher oder würdest du mit deinen Studien dies als realistische Gefahr sehen? Also es ist schon realistisch, was du sagst. Ich denke, die Schwierigkeit ist abzuschätzen, wie groß ist die Gefahr, also in Prozenten, für einen Weltkrieg, der eben die ganzen NATO-Staaten mit einbezieht und vielleicht auch taktische Nuklearwaffen. Und ich glaube, die Chance ist, dass es zu 95 Prozent nicht passiert. Da bleiben aber trotzdem fünf Prozent, wo man sagen muss, diese fünf Prozent sind viel zu viel. Da kann niemand ein Interesse daran haben, vor allem nicht Deutschland. Weil Deutschland ist ja eigentlich zwischen Russland und den USA, ist es hier so ziemlich in der Mitte gelagert. Die Deutschen haben ja sehr viele amerikanische Militärstützpunkte. Sie haben auch Atomwaffen in Deutschland, amerikanische Atomwaffen und sie würden sofort zum Kriegsziel, wenn das eskaliert. Amstein und Büschel sind ja auch die Spionagezentren und auch Drohnenkommandozentren überhaupt. Ich glaube, mit die Größten auf der Welt. Ja, also das Drehkreuz Deutschland ist ganz zentral. Es ist auch der höchste NATO-General, der Gavioli. Das ist immer ein amerikanischer Soldat und der operiert eigentlich aus Stuttgart heraus. Manchmal ist er auch in Brüssel. Aber die Amerikaner nutzen Deutschland natürlich als wie einen unsinkbaren Flugzeugträger. Und das ist die Schwierigkeit jetzt, was die Deutschen jetzt machen sollen. Ich bin auch der Meinung, dass Simon Hirsch die Analyse richtig gemacht hat und gesagt hat, die Nord Stream Pipeline wurde durch die USA gesprengt am 26. Februar 2022. Ich weiß, es gibt noch diese zweite Geschichte, dass die Ukrainer das waren. Aber ich glaube nicht, dass es die Ukrainer waren. Das ist diese Andromeda-Jacht-Geschichte, die mich persönlich nicht überzeugt. Aber da soll sich jeder selber eine Meinung machen. Aber wenn ja tatsächlich der US-Präsident Joe Biden den Befehl gegeben hat für diesen Terroranschlag auf diese Infrastruktur von Deutschland, dann ist Deutschland schon jetzt in einem Zweifrontenkrieg, nämlich gegen Russland, in dem man Leopard-Waffen liefert und gegen Amerika, weil die USA die Nord Stream gesprengt haben. Und ich sehe einfach, dass das nicht diskutiert wird. Also man sagt so, nein, ich hoffe, dass es nicht so ist. Im Sinne von, die Amerikaner haben vermutlich Nord Stream nicht gesprengt. Aber eine genaue Untersuchung will man trotzdem nicht. Und auf der anderen Seite sagt man, nein, die Russen sehen das sicher nicht so dramatisch, dass wir hier ukrainische Soldaten ausbilden und auch Leopard liefern. Man macht so wie ein kleines Kind die Hand vor die Augen und sagt, ja, ich sehe euch nicht, dann gehe ich davon aus, ihr seht mich auch nicht. Ich sage, bevor ich die nächste Frage stelle, nur nochmal, dass wieder eine große Demo in Rammstein stattfindet und dass alle eingeladen sind, dort hinzukommen. Das ist jetzt in den nächsten Tagen. Googelt, schaut nach, geht hin, entrüstet euch im Sinne von Abrüstung. Ja, über die ukrainische Offensive ist es nach den ersten Tagen sehr still geworden. An den ersten Tagen war jeder Meter, denn die heldenhafte ukrainische Miliz mit diesem großartigen Feldherrn Zelensky gewonnen hat, war ein Trommeln in allen Medien wert. Und plötzlich brach das ab. Das ist ohnehin in den Medien so ein Phänomen, wie manche Säue durchs Dorf getrieben werden und dann werden sie auf einmal weggeschlossen. Sie werden nicht geschlachtet, sie werden weggeschlossen. Wie schätzt ihr denn den Verlauf der ukrainischen Offensive ein? Also ich kann natürlich nicht sagen, was in den nächsten Monaten passieren wird, weil die Historiker können eigentlich überhaupt keine Prognosen machen über die nächsten Jahre. Also ich weiß auch nicht, wo wir 2030 stehen. Aber ich kann einfach im Moment sagen, dass es der Ukraine nicht gelungen ist, die Gebiete zurück zu erobern, die von Russland besetzt sind. Das ist im Moment die Situation. Natürlich, die Frontlinie bewegt sich. Aber für die Leute, die das jetzt nicht so genau verfolgt haben, kann man sagen, es geht eigentlich grundsätzlich um Donbass. Das ist Donetsk und Luhansk. Dann Saporizhia und Kherson. Das sind diese vier Oblaste. Also die Ukraine unterteilt sich wie die Schweiz in 26 Kantone. Die Ukraine hat etwa 26 Oblaste. Und die vier genannten plus noch die Krim. Das sind eigentlich die umkämpften Gebiete. Weil 2014 haben die Amerikaner einen Putsch gemacht im Februar. Und dann hat sich die Krim abgespalten. Das war der erste Gebietsverlust der, sage ich mal, modernen Ukraine. Also der Ukraine nach der UdSSR. Und Präsident Zelensky sagt, er möchte die Krim zurückeroben. Da ist im Moment, sehe ich das gar nicht, dass er das im Moment schafft. Und dann im September 2022, also im gleichen Monat, als die Nord Stream in die Luft gesprengt wurde, gab es eigentlich in diesen vier anderen Oblaste. Kherson liegt gerade nördlich, der Krim ist. Also zuerst müsste man Kherson erobern, um dann eigentlich die Krim zu erobern. Er hat sich Kherson zu Russland geschlagen und Saporizhia, Donetsk und Luhansk auch. Das heisst, die Ukraine hat Quadratkilometer verloren in den letzten neun Kriegsjahren. Ich sage immer, es sind neun Jahre Krieg. Es ist nicht ein Jahr Krieg, weil es gab ja Bürgerkrieg nach dem Putsch der USA. Und die Idee von Zelensky ist jetzt, dass man diese fünf Oblaste, also Krim, Kherson, Saporizhia, Donetsk und Luhansk, dass man die wieder erobert. Und wie du richtig sagst, mit dieser Offensive hat man gesagt, ja, hofft man, dass man die Russen wieder zurück über die alte Landesgrenze zurücktreibt. Und da kann ich einfach sagen, das ist nicht gelungen. Was ich auch gesehen habe, ist, dass die Ukraine jetzt russisches Gebiet angegriffen haben. Das ist Belgorod. Das ist eine Stadt an der Grenze zur Ukraine, aber es ist trotzdem in Russland drin. Und das wäre natürlich dann sozusagen mein Albtraum, wenn dann die Russen sagen, ja gut, dann greifen wir Polen an, weil das sind die Nachschubslinien. Oder dann greifen wir Estland, Lettland, Litanao. Weil ein Krieg ist immer wie ein Krebs. Der bildet Metastasen. Und du weißt gar nicht genau, wo diese Metastasen hochkommen. Eine Metastase ist eben in der Ostsee. Da denkst du, was dort? Und Belgorod ist eine andere Metastase, die nicht mehr im ursprünglichen Kampfgebiet ist. Und ich hoffe, dass es nicht noch weitere gibt. Das ist eigentlich meine Hoffnung. Bevor ich auf mögliche Friedensaussichten komme, eine ketzerische Frage. Sehr ketzerisch und ich formuliere sie deswegen umso vorsichtiger. Könnte es sein, dass Wladimir Putin in eine Falle gelockt wurde mit dem Überfall, den du und ich ja erstens für unwahrscheinlich gehalten hatten und auch heute für falsch halten unter dem Einmarsch. Aber die Vorgeschichte dabei nicht ausblenden. Könnte es sein, dass er, wenn er schon etwas für seine Landsleute und auch seine Freunde in den ostukrainischen Volksrepubliken tut, dann zwei Jahre hätte früher einmarschieren müssen, bevor die NATO die Waffen eingepumpt hatten. Und war es vielleicht das ganze Ding so angelegt, möglichst die guten Beziehungen zwischen der deutschen Bevölkerung und der russischen Bevölkerung und der ukrainischen Bevölkerung damit so nachhaltig zu zerstören, dass für die USA neue Marktanteile in Europa möglich werden und anderswo. Ja, also so ketzerisch ist die Frage gar nicht. Also wenn man sich jetzt in die strategische Literatur in den USA einliest, dann ist ein wichtiger Autor George Friedman. Der war Anführer von Stratfor und er hat einfach gesagt, in einem Vortrag 2015 in Chicago hat er gesagt, es war immer das Ziel der amerikanischen Außenpolitik, eigentlich eine gute Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau zu verhindern. Weil man muss sich das so vorstellen, aus amerikanischer Sicht liegt ja sowohl Deutschland wie auch Russland und China liegt auf der eurasischen Landmasse. Und diese große Platte, die besteht aus Europa und Asien, auf dieser Landmasse können die Amerikaner, das sagt Friedman ganz klar, wir können nicht intervenieren mit Soldaten. Wir werden sofort in der Unterzahl. Man kann nicht irgendwie landen und dann sozusagen die ganzen Europäer und Asiaten mit einer amerikanischen Streitkraft besiegen. Das kann man vielleicht in Grenada, auf einer kleinen Insel in der Karibik, aber das kann man nicht in Eurasien. Und dann sagt George Friedman, wesentlich ist eben die Spannungen innerhalb von Europa zu nutzen. Und Russland gehört ja zu Europa bis zum Ural. Ja, und dann gehört es zu Asien. Und jetzt hat man eigentlich zwei europäische Mächte, nämlich die Deutschen und die Russen, hat man gegeneinander aufgebracht, aus amerikanischer Sicht wiederum. Und das ist aus amerikanischer Sicht sehr klug, weil die Deutschen sind die viertgrößte Wirtschaftsnation. Die USA, China und Japan sind auf Plätzen eins bis drei. Und jetzt schaltet man also die viertgrößte Wirtschaftsnation aus. Und Russland ist flächenmäßig das grösste Land. Und aus imperialer Logik, ich beschreibe das auch hier, kam vom Eurasien, erkläre ich das, was Friedman alles gesagt hat, wer das nachlesen möchte. Aber er sagt es ganz klar. Er sagt, ja, aus geostrategischer Sicht macht es Sinn, die Deutschen und die Russen gegeneinander aufzuhetzen. Und stell dir mal vor, wie gut die Beziehungen früher waren und wie schlecht sie jetzt sind. Also die Achse Moskau-Berlin ist tatsächlich gebrochen. Das heißt nicht für immer, das kann wieder verbessert werden. Aber das deutsche Panzer, obwohl nicht mit deutschen Soldaten, aber halt mit ukrainischen Soldaten wieder auf Russen schießen, das aktiviert bei den Russen das Trauma von Operation Barbarossa. Und da werden die Deutschen nicht davon profitieren. Du hast angedeutet, ja, die Amerikaner erschließen sich neue Exportmärkte. Das ist sicher beim Erdgas so. Die Amerikaner haben ja keine Pipeline über den Atlantik, sondern sie müssen es verschiffen als Liquified Natural Gas, LNG. Das geht. Aber es ist halt teuer. Und die Russen hatten eine direkte Pipeline. Und diese direkte Pipeline Nord Stream 1 ging 2011 in Betrieb. Das wollten die Amerikaner nicht, haben damals schon protestiert. Aber es gab für Deutschland natürlich sehr gute wirtschaftliche Grundkonstellationen. Man hatte günstige Energie und ein fleißiges Volk. Und jetzt, also Deutschland ist nicht einfach aus nichts heraus Nummer vier der Weltwirtschaft geworden. Und jetzt haben die Amerikaner den Deutschen eigentlich die Pipelines weggesprengt. Jetzt haben sie diese günstige Energie nicht mehr. Und zudem müssen die Deutschen, oder müssen, ja, die Regierung Scholz, halte ich ja für falsch, was die tun, aber die lenken jetzt das ganze Geld in die Rüstung. Und die großen Rüstungsschmieden sind eben die Amerikaner. Also die Amerikaner gewinnen auf der ganzen Linie. Sie verkaufen das Erdgas, sie verkaufen dann noch den F-35 und andere Produkte, also Lockheed, Martin, Raycon, Boeing. Das funktioniert. Aber für die Deutschen ist es ein Verlust. Und das, was mich überrascht, ist, dass die deutsche Bevölkerung das so hinnimmt. Also ich habe das Gefühl, die Deutschen sind sehr geduldig. Aber du kennst Deutschland besser, das musst du selber sagen. Ja, das Murren unter einem bestimmten Level ist vorhanden, bevor es über den Level geht und die Leute dann in den nächsten Tagen nach Rammstein sich eine Karte buchen oder demonstrieren. Das dauert hin. Also ich meine, die grünen Heuchler, die ja die kleinen Leute maltretieren mit Heizgesetzen und mit Dieselverboten und sonst was, sagen gar nichts. Wenn Fracking-Gas in den USA produziert wird, wobei ganze Landstriche kaputt gemacht werden, das gesamte Grundwasser verseucht wird. Und dann wird das noch in großen Dampfern, wo ein Dampfer mehr braucht, als wahrscheinlich ein halbes Jahr alle kleinen Handwerker-Diesels in den Städten, dann hier rüber verschifft. Also das möchte ich kurz sagen. Das ist eine Riesenheuchelei der grünen Partei. Ich habe über Europa im Erdölrausch, habe ich lange recherchiert, habe dieses Buch geschrieben, ist schon ein paar Jahre her. Und da habe ich auch untersucht, eben, was sind denn zum Beispiel die Auswirkungen von Erdgas, dass Pipeline geführt wird und Fracking-Gas. Also das muss man sich einfach mal klar machen. Das Fracking-Gas in den USA, das bedeutet, man muss zuerst runterbohren und dann geht man durch eine Schicht, wo das Grundwasser ist und dann kommt man erst in das Gestein. Und im Gestein gibt es schon Erdgas, aber es sind nicht große Felder, die man einfach anstechen kann und kommt das raus, sondern das sind kleine Erdgasblasen. Und um diese überhaupt rauszuholen, muss man horizontal bohren und dann muss man das Gestein aufsprengen und dann kommt dieses Erdgas raus. Wichtig jetzt, dabei werden Chemikalien eingesetzt und die Bohrung muss schön mit Zement eingefasst werden, weil die Bohrung geht ja durch das Grundwasser durch. Und dass die Grünen hier sagen, Fracking-Gas aus den USA sei eine gute Alternative zu Erdgas aus Russland, das ist einfach nur gelogen, weil das ist eigentlich überhaupt nicht grün, sondern das ist das Gegenteil. Das ist umweltschädlich. Aber die Grünen haben natürlich eine starke Kommunikationsmaschinerie und da verhindern sie es eben, dass man über diese Themen spricht. Aber ich finde, die Grünen sind olivgrün. Das sagen wir übrigens auch an bestimmten dörflichen Stammtischen in Deutschland. Das gehört zum Grummeln dazu, was noch nicht richtiger Widerstand ist, aber eine richtige Einschätzung. Grummeln gibt es. Wir haben am vergangenen Sonntag den Oberst Richter hier gehabt, Oberst AD, der auch OSZE-Koordinator in Deutschland war, Bundeswehroberst. Und wir haben über Friedensaussichten gesprochen. Dabei ist ja kürzlich die afrikanische Vorlage gescheitert und dann hat Putin den erstaunten afrikanischen Politikern gezeigt, dass sowas schon mal mit Abzug der russischen Armee alles schon vor einem Jahr unterschriftsreif war und dann von England und den USA torpediert wurde. Und die afrikanischen Regierungschefs haben Bauklötzer gestaunt, dass das schon mal von der russischen Seite unterschriftsfähig war. Wir haben dann auch darüber gesprochen, gibt es sowas wie, ich warte das jetzt mal als Stichwort ein, die Südtirol-Lösung für die Ostrepubliken in der Ukraine. Also eine relativ starke Autonomie, aber keine vollständige staatliche Abspaltung. Und könnte es sowas geben, wie die Saarland-Lösung für die Krim, also das Versprechen nachzureichen, eine Volksabstimmung. Und dann haben wir ja noch ein paar andere Dinge, die alle mit Waffenstehtern zusammenhängen. Wie würde denn jetzt, auch unter dem Eindruck der US-Präsidentschaftswahl, nach deiner Auffassung Königswege gibt es nicht mehr, wir sind glaube ich beiderseits zerbombt, aber wie würde denn eine Möglichkeit aussehen, rauszukommen aus diesem Abschlachten? Also ich möchte nochmal kurz auf das zurückkommen, was du nur angesprochen hast, dass im März 2022 eine pfannenfertige Lösung da war. Es war wirklich eine Friedenslösung da, die Lösung war gut. Sie waren nämlich, die Russen ziehen sich zurück aus den umkämpften Gebieten, sie verlassen Kherson, sie verlassen Saporizhie, sie verlassen Donetsk und Luhansk. Sie gehen also hinter die Linie vom 24. Februar 2022 zurück, sie behalten die Krim und die Ukraine im Gegenzug sagt, wir werden der NATO nicht beitreten. Das hätte ich wirklich eigentlich als die beste Lösung gehalten und die Amerikaner und die Briten haben und da muss man wirklich nochmal ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Es geht ja um Premierminister Johnson, da jetzt auch andere Skandale ist er eigentlich mit, weil er während Corona Partys gefeiert hat etc. ist eh ein unglaubwürdiger Politiker. Und dann Joe Biden, der ja den Putsch gemacht hat, da war er Vizepräsident 2014. Also diese zwei Personen muss die historische Forschung genauer in den Prokuss nehmen und sagen, wie kann es sein, dass Joe Biden und Boris Johnson diesen Frieden sabotiert haben? Und es sieht aber nach, man muss da sicher noch mehr wissen, aber es sieht danach aus, dass eben im Februar 2022, das ist ein Monat nach der russischen Invasion, hätte man diesen Krieg stoppen können. Und Boris Johnson und Joe Biden, wenn denn die Faktenlage sich bestätigt, ich sage immer, da muss man noch tiefer rein, aber im Moment sieht es so aus, es gibt sehr, sehr hochrangige Quellen, die sagen, so war's. Das waren die Verhandlungen und die ukrainische Seite war eigentlich bereit, zu diesen Konditionen den Frieden zu schließen und dann hat London und Washington gesagt, nein, wir wollen noch weiter Waffen verkaufen. Ich spitze es jetzt ein bisschen zu, aber es läuft ein bisschen darauf aus, weil die Amerikaner sagen, ja, wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer und was sie damit meinen ist, unsere Jungs sterben nicht, sondern die Ukrainer sterben. Und wenn wir die Russen töten können, dann ist das in unserem Interesse. Und diese diese zynische Strategie in den USA wird von Präsident Joe Biden gefahren. Du sagst richtig, jetzt im November 2024, also noch ein bisschen mehr als ein Jahr, sind ja dann die Präsidentschaftswahlen. Und ich finde ein Kandidat sehr, sehr interessant, das ist der Kennedy. Kennedy kann man sich gut merken, weil Kennedy war ja schon mal Präsident. Das war der John F. Kennedy, der wurde 1963 erschossen und dann sein Bruder Robert Kennedy wollte auch Präsident werden, der wurde auch erschossen. Und jetzt kommt der dritte Kennedy und das ist der Sohn von Robert. Und das ist Robert Kennedy Junior. Und er sagt, er würde den Ukraine-Krieg in einem Tag beenden. Und ich glaube ihm das. Ja, er müsste sich natürlich gegen die amerikanische Rüstungsindustrie stellen, um den Krieg zu beenden, was gefährlich ist, wie der Tod seines Vaters eben zeigt. Aber ich finde, die Präsidentschaftswahlen im November 2024 sind auf jeden Fall ein Moment, der den Krieg in der Ukraine stark beeinflussen wird. Weil wenn der amerikanische Präsident Joe Biden für ja, das sind ja schon die Vorkämpfe unter den Demokraten, wenn er immer mit diesem Krieg an der Backe durch den Wahlkampf tingelt, ist das eher ein Nachteil. Ja, das sagen sehr, sehr viele Beobachter. Und wenn ein Kandidat, wie eben jetzt Kennedy sagt, Trump sagt das übrigens auch, wenn ein Kandidat sagt, ich werde den Krieg sofort beenden, indem ich nämlich Selensky keine Waffen mehr liefere und wichtig keine Kredite mehr gebe, dann muss eigentlich Selensky sofort mit Putin verhandeln. Und wenn ein Kandidat diese Position einnimmt, und da gibt es jetzt eben mit Kennedy im Lager der Demokraten und mit Trump im Lager der Republikaner zwei ganz klare Personen, die sagen, ja, das wäre meine Linie, dann gemäss aller politischen Logik müssen die anderen reagieren. Also ja, ein Skandal, dass im März 2022 kein Frieden geschlossen wurde. Das ist ein Skandal. Und jetzt werden wir sehen, was 2024 passiert. Ich weiß, dass du trotz Krankheit dieses Gespräch mit mir jetzt führst. Bin auch sehr, sehr dankbar und muss dir als Psychosomatiker sagen, man merkt nichts von deiner Erkältung. Ja, ich habe tatsächlich eine Erkältung und ich habe eben noch eine Vortragstour in Bayern. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich sage alles ab, damit ich dort sicher fit bin. Aber ja, ich kämpfe mich jetzt halt durch. Ist auch komisch, wenn man im Sommer eine Erkältung hat bei 30 Grad, aber so ist es. Es kommt, es ist auch, gibt es auch Begründungen. Also herzlichen Dank für Modes auf Deutsch, dass du dabei bist und dass du hoffentlich auch beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal mal reinschaust und vielleicht unser häufigerer Gast bleibt. Ich bin immer fasziniert von der Gradlinigkeit, von der Heiterkeit, von deinem freundlichen Gesicht beim Aussprechen auch unfreundlicher Fakten. Das ist ja etwas, was Linke oftmals vermissen lassen, weil sie dann verbiestert gucken. Und so bei dir ist es so, man geht mit dir auch, weil man eben spürt, hier ist ein Mensch, der souverän auch den Freunden und nicht nur den Unfreundlichkeiten der Welt zugetan ist. Also nochmal herzlichen Dank und grüße Ihnen die Schweiz. Alles Gute und gute Besserung. Vielen Dank, Dieter. Und danke dir für dein Engagement, für den Frieden. Es ist sehr wichtig und ich weiß, dass es ganz viele Menschen in Deutschland gibt, die keinen Krieg wollen. Es gibt ja auch die aktuellen Umfragen, die zeigen, die Menschen wollen Frieden. Sie werden zu wenig abgebildet in den Massenmedien, also ARD, ZDF, Süddeutsche Zeitung. Und darum bin ich froh, dass es dein Format gibt. Und ich bin froh, dass es dein Problem ist. Und ich bin froh, dass es ein bisschen unmöglich ist, denn mich so weit ist, dass es kein Problem ist. Und ich bin froh, dass es irgendwie zu tun ist. Und ich bin froh, dass es